Quarz 800 Watt Elektroheizer Heizlüfter Bad Heizung, mobiles Heizgerät Der Quarz 800 Watt Elektrik Heater Heizlüfter ist eine energieeffiziente, tragbare Heizoption für Ihr Zuhause, Ihr Büro oder Ihre Industrie. Mit einer leistungsstarken 800 Watt Heizung und vier verschiedenen Heizstufen kann er einen grünen Raum mit Leichtigkeit aufheizen. Die deutsche Stromversorgung von 220 Volt und 220 bis 240 Volt 50 bis 60 Hertz sorgt für zuverlässige Leistung auch bei kälteren Temperaturen. Darüber hinaus ist der Heizlüfter so konzipiert, dass er sicher ist und über einen eingebauten Schutz gegen Umkippen und Überhitzung verfügt. Die praktische Gröhe von 23 x 17 x 35 cm und das geringe Gewicht von 5 kg machen es einfach, das Gerät zu transportieren. Preis etwa 17,99 €. 5,99 €. 5,99 €. 5,99 €. 5,99 €.